Moini! Wir sind wieder in einer Rection. Let's go! Okay, dann gehen wir mal an weitere optische Illusionen, Leute. Okay, wir sollen nicht blinzeln. Wir sollen nicht blinzeln. Ich gehe ganz nah ran, Leute. Damit ich auf gar keinen Fall blinzle. Okay, ich... Scheiße. Uh, Gott, oh Gott. Ui, 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 ui. Was passiert hier? Oh mein Gott. Wow! Wow, Leute! Das ist ultra krass. Ich habe das Gefühl, das ist so rund. Oh mein Gott. Okay, wir gucken weitere optische Illusionen an. Wir sollen auf den roten Punkt gucken. Why? Weil ich das gerade eben geguckt habe. Okay, roter Punkt. Wir gucken. Ui, 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 ui. Oh mein Gott. Es ist wieder wie so eine Pyramide. Es ist richtig krass, Leute. Es ist richtig crazy. Oh, das ist... Aber es ist auch wahnsinnig schwer, sich auf den roten Punkt zu konzentrieren. Alter! Mich dreht's, Leute. Mich dreht's. Oh mein Gott. Also, ich kann da gleich nicht mehr hingucken. Ui, 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 ui. Wow! Wow, 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 Leute! Ich gucke gerade auf andere Sachen und die bewegen sich auch so rund. Holy! Was ist hier los? Oh, Leute. Es darf in einer Elina-Reaction kein Minecraft-related Content fehlen. Und hier haben wir jetzt einen Minecraft-Rollercoaster mit optischen Illusionen, Leute. Das ist ultra krass. Das sieht auch richtig krass aus, was ich da gerade eben im Video gesehen habe schon. Okay, er hat sich noch so einen Speed-Effekt gegeben, damit er nochmal so eine andere View hat. Und jetzt geht los die wilde Fahrt, Leute! Boah, Leute. Es wäre auch so cool, in real life so eine Achterbahn zu haben mit optischen Täuschungen. Also, es gibt ja solche Wasserrutschen mit optischen Täuschungen, die ich auch übertriebenst cool finde. Und ich liebe solche Wasserrutschen einfach. Okay, kommt jetzt auch mal endlich in die optische Illusionen, oder was? Da! Hier kommt's. Hab vorgespult, Leute. Oh, cool. Sehr cool. Ja, ist cool. Oh, es geht weiter. Oh, das war auch cool. Wollen wir skippen? Oh, Alter. Da hat sich jemand so viel Mühe gegeben hierfür. Jo. Okay, Leute. Wir gucken jetzt optische Illusionen Wasserrutschen an. Jetzt hatte ich darüber gesprochen. Jetzt wollen die mir die Wasserrutschen angucken. Okay. Oh, Turbo Ride. Das gibt's in Weinheim sogar. Nein. Oh mein Gott. Das ist so cool. Oh, ich muss nach Weinheim. Grüße gehen raus. Die alle in der Nähe von Weinheim wohnen. Ui. 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 Es geht weiter. Oh, sensiert. Die nächste. Wo ist die? Ohio? Aha. America. was war da denn alter oh mein gott leute im mädchen ihr geht rutschen und dann ist einfach eine kappenwurst in der spinn der wasserrutsche leute das ist okay machen wir weiter okay komm da war doch keine optische täuschung weinheim viel geiler tschechien oh ist das cool ja ja sleigh girl oh es ist so dunkel oh wow alter ja die war schon nicht schlecht wo ist die las vegas auch cool das war sehr cool auch cool ja okay das war dasselbe okay das kann jetzt das dritte normal aber es sieht so cool aus leute oh ich muss nach las vegas ich muss in diese wasserrutsche die sieht krass aus turbo rides wow okay in den niederlanden cool was das war es schon oh mein gott das war ja die kleinste das war ja die kleinste wasserrutsche der welt leute okay belgien schick gemütlich da mit den schönen bläddern und die geht steil oh jo die hat so ein cool ah er ist so in so einem reifen phoenix bad otto brunnen jupi oh die sieht auch cool aus oh nein ich will mehr solche led streifen oh otto brunnen jupi oh mein persönlicher favorite leute schreibt mir auch gerne eure lieblings wasserrutsche in die kommentare war gerade otto brunnen frankreich frankreich oh die ist auch cool oh die ist auch überschnell aber sie ist voll klein aber sie war cool oh slowakia wow so regenbogen sieht schon cool aus sterne oh wie schön jo ja schön leute leute ich bin gerade auf eine idee gekommen leute meine persönliche wasserrutsche die ich am liebsten mag die ich auch schon mal gefahren bin aber wirklich ich bin glaube ich in meinem leben drei wasserrutschen oder so gefahren ähm ist die in hildesheim wasserparadies hildesheim übel geil let's go die sieht nämlich voll schön aus ok grünes licht und hier geht es runter oh bisschen gruselig oh und dann geht es richtig steil bergab hä aber ich hatte nee das war die glaube ich nicht ich sehe ja gar nichts oh mein gott nee das war die nicht ich kann mich nicht an solche nee ich kann mich nicht an solche dinger da erinnern das war die glaube ich gar nicht oh man ich glaube ich habe die verwechselt ich weiß nicht mehr in welcher wasserrutsche ich war aber die war echt cool leute das war's mit der heutigen reaction ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein abo ganz wichtig da für die 100k und haut rein tschüssi